So, wir machen direkt weiter mit den Prestige-Zonen. Ach, Prestige-Zonen. Prestige-Aufgaben besuchen, Würfel, Denkmäler in der Wüste und nahe eines Sees. Wie gesagt, eine an Loot Lake, eine an da, wo die Sonnenluhr ist. Aber dasselbe machen wir natürlich Gruppenkeile, weil da haben wir einfach einen Tick mehr Zeit, hoffe ich. Es dürfte eigentlich überhaupt kein Problem sein, innerhalb von einer Runde das zu machen. Obwohl da eigentlich nicht steht innerhalb von einer Runde. Aber es ist nur eine Runde. Deshalb... Und die Risse könnt ihr eigentlich ganz simpel machen. Einfach Loot Lake immer mal wieder in den Riss reinfliegen. Immer wieder rein, 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 rein. Fünfmal hintereinander, fertig. Deshalb dafür habe ich auch extra kein Video gemacht. Alla am Schweigen. Das ist ja mein Wunder. Die alte Farmerin. So, auf jeden Fall muss ich schon mal dankbar sein für 33 Abonnenten. Danke geht da schon mal raus. So, das erste... Ah, das ist ja schon mal schön. Wunderbar, die Flugroute. Also, als erstes müssen wir da hin. Natürlich ist das ganze wieder in dem Meteor. So, ab und runter. Und dann müssen wir direkt schon nach Loot Lake. Aber wir können auch direkt versuchen, noch in der Zone Kisten zu finden. So, da ist die Sonnenuhr. Ich versuche direkt an der Sonnenuhr noch eine Kiste zu kriegen. Die nicht schlicht zu tief abgesprungen wäre. Ne, passt nicht mehr. Gut. So, ab zu dem Würfel. Würfel Nummer 1. Ah, da ist doch noch eine Kiste. Ah, Loot Lake ist eh da. Also, das ist schon mal gut. Kann man eigentlich wirklich noch nach Loot Lake. Ach, Loot Lake Retail Row. Und versuchen da noch die eine oder andere Kiste aufzumachen. Weil, in Risszone muss ich auch noch 4 Kisten aufmachen. Ja, Loot Lake wird von denen wahrscheinlich zu voll sein. So, jede Sekunde zählt. Das war natürlich der Meisterflug. So, gerade noch ein bisschen Holz sammeln. Ach, wer will mir denn hier schon direkt auf den Sack gehen? So, jetzt habe ich ja keiner. Keine Ahnung. Ach, da laufen auch Gegner rum. Ach, das habe ich ja ganz vergessen. Ach, ich höre schon die Kisten. Das ist schon mal das Beste. Ach, da habe ich ja ganz vergessen. Ach, ich höre schon die Kisten. Das ist schon mal das Beste. ich weiß nicht in meinen augen ist das ein zeichner für wegen rettet die welt wie seht ihr das ist es eigentlich wird zeit für rettet die welt und sonst ich weiß gar nicht wie die hier jetzt noch mal kundzaube ist das ist doch meine das war sinnlos hoch acht das hier war eben schon einer ich hoffe dass eine kiste das war der grund warum ich mein headset immer lauter die alte nervkiste noch habe ich jetzt keinen bock mich mit der kiste darum zu ärgern die kiste haben sie immer noch genau auf derselben position gelassen wie früher ich habe recht woher denn tja ruhig schlecht bin ich jetzt auch nicht so nicht meine freunde so wie gesagt und leckten wir jetzt noch gerade zu dem würfel dann haben wir die aufgabe ich auch noch zwei aufgaben wieder in einer wie gesagt wenn sie irgendeine aufgabe fragen habt fragt einfach schreibt in die kommentare oder so manchmal findet man die einfachsten sachen einfach nicht das hat einfach in dem moment vielleicht zu dumm aber damit ziehe ich mich auch ein toll ja da war wieder mein ehem und bose gilt andere hätten das ausgebaut ähm orientierung doch da ist gut reich jetzt brauche ich mich nur doch irgendwie beeilen jetzt kriege ich den würfel nämlich nicht land auf dem grün noch dankeschön und hoffen dass mich jetzt keiner vom himmel holt aber deshalb und ab zu dem würfel und dann kann schon mal was ich will in der runde so zack so simpel ist es zu machen was haben wir noch? naja oder? was haben wir noch? naja alles gemacht das Bild war aber gerade ein bisschen schwer verzogen vor allem in der pump gegangen wäre nicht schlecht ich habe keine pump gun dabei scheiße gleich mal gucken wenn die loot-tops runter kommen ja genau fall da runter läuft bei dir so aber den habe ich noch weg geholt mir fein egal der musste mit beziehungsweise die hier in noch all nicht toll x5 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 Ich will nur einen Pfaffgarten, alles andere kann zu haben. Oh Gott, diese kleinen Kinder. Guck mal, direkt gierig. Nein, 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 nein. Nein. Ich gebe dir nichts. Vorsprache. Ich weiß noch gar nicht, wo ich wirklich mein Eisen legen soll. Ja, einfach hoch hier. Dafür Loot. Ah, doch, nehme ich mit. Und zack. Ich muss doch drüben schießen hier hin. Erst mal hier die Orientierung finden. Als ob ich da keinen Schuss treffe. Das darf doch nicht wahr sein, oder? So nicht, mein Kind. So nicht, mein Kind. Ja, ja, ist gut. Warum spielt so eine Gruppe geile? Spiel Arena. Hier ist keine Sau. Läuft bei mir. Ah, da ist definitiv einer. Hä? Hauptsache, dem noch schön die Ramping gebaut. Stimme Zerstörung. Da ist keiner mehr. Das war's ja wieder komplett mit dem. Luscha, Luscha, Luscha. Ich sehe aber keinen. Da sehe ich auch keinen. Achte. Zack. Der Abstauberkill. Ich weiß nicht, warum ich da hingehe, aber... Allgemeines Verlangen. Dreck. Ja, meins, meins, meins. Er ist schon tot. Immer diese Leute, die es übertreiben müssen. Ja, wo, 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 wo. Einfach mal einbauen. Einfach mal aus Rutsch zu liegen. Ey. Ich habe keine Ahnung von wo. Ich habe keine Ahnung von wo. Ach, und da. Ja. Nervenpräger. Es geht da nicht. Wie narrow. So kann ich denn da keine Wand ausstellen? Kommt schon mal keiner mehr hin. Ja, ich auch nicht. Uh, schmeckt! Zwei Headshots hintereinander. Wer mich? Nein! Warum? Warum nicht? Das ist aber weinig. Ach nicht hier in die Boat zu nehmen, da ist wirklich nervig. Oh, da ist der Portion zum Abladen. Oh, fallen wir in den Berg. Ich brauche echt eine Stunde zum Nachladen. So, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte nicht mit den zwei Aufgaben helfen. Wie gesagt, ich kann nochmal gucken. Denkmäler, einfach in die Wüste fliegen. Besten Gruppenkeile, da wo die Markierung ist. Und dann Loot Lake hier, genau da wo das kleine Stück ist. Dann da hinten, schon hat man beides. Und wenn man dann Loot Lake ist, geht man einfach in die Risszone. Der sucht da Truhen und benutzt fünfmal die Risse. Also, ganz simpel. Alle drei Aufgaben innerhalb von einer Runde locker machbar. In dem Sinne, Abo dalassen, Like dalassen. In dem Sinne, haut rein. Wenn ich mal hier aus dem Spiel rauskomme. Hallo. Er lässt mich schon so spielen nicht raus. Hallo. Fail des Jahrtausends. So, jetzt aber haut rein. Okay. So.